Ach du Schreck! Dieser freundliche, eloquente, gutaussehende junge Herr, der durchaus interessante Fragen gestellt hat und mit dem man durchaus gut sich unterhalten konnte. Der ist ja in Wahrheit ein Nazi. Der ist ja rechtsradikal. Es ist ja ein schlimmer Hetzer, ein Verschwörungstheoretiker, ein Holocaust-Leugner. Das ist ja ein Monster. Das ist ja eigentlich kein Mensch. Einwickeln, verführen Schwierigkeiten. Na dann, wohl an.